Jo Leute, was geht ab? Mucka hier wieder am Start und ja, es ist wieder Mittwoch, es ist wieder Vlog und hier Mila, komm her. Und guck mal, wen wir da haben. Da haben wir die kleine Mila. Ein bisschen warm, der ist nämlich wieder mal richtig geiles Wetter. Und heute ganz schnell, ganz kurz. Letztes Mal wurde mir ja gebeten von einer Person, aber egal, ich gehe auf die Wünsche ein. Ich wurde gebeten, ein bisschen schneller die Vlogs zu halten, ein bisschen mehr Informationen. Deswegen heute drei Informationen, in Klammern vier, werden vier wahrscheinlich sein. Erstes, gestern gab es so einen kleinen YouTube-Bug, da wurden neue Videos nicht angezeigt in der Abo-Box. Bei mir wird auch nur eins von 20 vielleicht angezeigt. Deswegen Leute, ich habe gestern ein DayZ-Video hochgeladen, so eine kleine Mod-Verarsche. War ein Bug von DayZ, nennt sich Fireat Mod. Schaut euch den an, extrem cool. Mila, komm mit. Sonst, heute kam ein richtig geiles Video, meiner Meinung nach. Heißt Robocraft, das Game. Haben wir gestern angespielt, hat Perry bei uns gefunden. Kostenlos, Free-to-Play. Kann man natürlich sich ein paar Sachen kaufen, um das zu verschnellern, aber man hat keine Vorteile als bezahlter Kunde. Keine wesentlichen im Kampf oder so, außer dass man schneller rebeelt. Ist für mich, finde ich, egal. Deswegen Leute, sorgt euch das, spielt das mit uns, edit uns. Richtig geiles Spiel. Free-to-Play, 600 MB, buy Steam, Robocraft. Schaut euch das Video an. Ich finde, das Video ist extrem gelungen. Also, hat mir sehr viel Spaß gemacht, mein eigenes Video zu gucken. Wie dumm das eigentlich auch klingt. Was macht die Mila da? Mila, komm her! Komm! Sie hat wahrscheinlich irgendwas gefunden. Müssen wir jetzt erstmal kontrollieren, was sie da gefunden hat. Zweites Thema, Gamescom. Tickets sind bestellt. Donnerstag und Samstag werden wir da sein. Donnerstag und Samstag werden wir da sein, genau. Also, ich versuche, irgendwie dann Fan-Treffen, Fan-Treffen, Fan-Treffen zu machen. Ich hoffe, da zu essen. Mila, fui! Geh! Mensch, Mensch, Mensch! Blöde Mila. Hat ihr irgendwas gefunden? Ist das immer. Kennt ihr, dass man Hunde Gras essen? Die isst alles, was sie findet. Alles. Auf jeden Fall, Donnerstag und Samstag werden wir auf der Gamescom sein. Sonst, was gibt es noch? Jetzt muss ich auf die aufpassen, nicht, dass die mir abhaut. Komm, Mila, komm mit. Die dich mal hier erfrischen. Da. Geh mal nach da unten. Wir haben hier so einen kleinen Bach. Geht hier hin und trinkt erstmal. Kann sich da mal ein bisschen dreckig machen. Ist mir egal. Müssen meine Eltern sauber machen. Nein. Okay, Gamescom auch abgehakt. Dann ein Thema, was euch alle, denke ich mal, erfreuen wird. Und zwar ab dem Freitag dieser Woche werde ich Livestream machen. Also was heißt Livestream? Ich werde ab dem Freitag jeden Tag Livestream. Oder ich werde es versuchen. Ich werde es wahrscheinlich gar nicht schaffen. Aber ich versuche wirklich, solange ihr Ferien habt, die nächsten zwei, drei Wochen bis zur Gamescom oder so, wirklich so gut wie jeden Tag zu streamen. Auch wenn es nur zwei Stunden sind. Ich werde Daisy spielen. Ich werde Loil spielen. Ich werde Robocraft spielen. Mit den Zuschauern natürlich. Und, und, und. Alles mögliche, was da ist. Genau. Wird wahrscheinlich nicht immer hinhauen, weil ich zur Zeit auch sehr viel bei Umzügen helfe. Hier helfe. Arbeiten muss. Also, wenn man Stream nicht kommt, nicht böser sein. Aber ich versuche es wirklich so oft, es geht, die nächsten Tage zu streamen. Und vor allem auch Daisy. Also, wir haben auch wieder sehr viel Daisy aufgenommen. Diesen Freitag kommt doch Overport statt Origins. Sorry nochmal. Wir haben coole Scheiße erlebt, sag ich mal. Origins ist es extrem schwer. Ihr wollt ja mal bei Origins Sachen erleben oder sehen, die selten sind. Aber bei Origins ist es so, die Mod ist halb ausgestorben. Und die andere Hälfte, was heißt halb ausgestorben, die ist nicht halb ausgestorben. Gibt es schon ein bevölkertes Server. Aber die Leute, die verstecken sich in Basen oder so. Da kann man nichts erleben. Und gegen NPCs ist es auch mal langweilig. So, deswegen muss man mal gucken. Ja. So weit, so gut. Mir geht es gut. Mir geht es gut. Drei Themen haben wir gesagt. Gibt es noch ein viertes Thema? Lass mich überlegen, lass mich überlegen. Was hat man? Wir hatten Livestream erlebt. Wir haben Livestream. Hallo. Ja, sonst gibt es glaube ich kein Thema. Gamescom, alles angesprochen. Deswegen Leute, haut rein. Wir hören uns.